It's Magnificent! Guck mal, ja das sieht doch wie ein Eingang aus, was steht hier? Dies ist kein Eingang, Sie haben eine Halluzination. Okay, ich gehe trotzdem weiter. Guck mal, hier schön mit so Fackeln und so, damit wir auch was sehen. Aber wir müssen echt leise sein, weil, ich weiß nicht, ich gucke mal um die Ecke hier. Okay, da ist niemand. Oh, hier ist noch eine Nachricht. Sackgasse, hihihihi. Okay, jetzt kriege ich gerade ein bisschen Angst. Sackgasse, okay, okay, äh, pssst. Oh Gott, ist hier jemand, hallo? Okay, was steht hier? Nicht weitergehen. Ähm, okay, wir gehen weiter. Oh Gott, okay, hier scheint es irgendwie hoch zu gehen. Es ist auf jeden Fall schon mal beleuchtet, das finde ich ganz gut. Ach du Scheiße, was kommt da? Das Regenbogenland. Yay, wir sind im Regenbogenland. Wo sind wir hier? Oh mein Gott. Okay. Okay, hier sind irgendwie, ach guck mal, was schön hier Blümchen gelegt und... Oh, die Tür ist offen. Was ist hier? Hallo? Okay. Oh, hier ist alles leer. Ich schwöre, ich komme zu spät. Das hat sie bestimmt mitbekommen, dass ich ihr Hauptquartier entdeckt habe und dann hat sie hier alles leer geräumt, ihre ganzen Schätze. Guckt euch das mal an, hier ist nichts mehr drin. Ist alles leer. Nur noch die Fackeln brennen, aber auch nicht mehr so wirklich. Das gibt es doch nicht. Da ist sie mir auf die Schliche gekommen, das hat sie mitbekommen und ist abgehauen. Ja, mit den ganzen geheimen Daten und dem wertvollen Gewinnerpreis. Das... Oh, warte, hier ist eine Treppe. Eine Treppe aus Gold. Hm. Gehen wir mal hoch. Gott, ich bin gespannt. Was ist... Ah, guck mal, schöne Aussicht, ne? Ja. Finde ich... Oh, oh, oh. Oh, was haben wir denn hier? Guck mal, da hat sie was... Guck mal, ne, total, ähm, wie sagt man, so richtig pompös, ne? Muss sie erst mal ihr Hauptquartier hier mit den Buchstaben DSDS ausstatten. Und mit diesen Fackeln ist ja gar nicht übertrieben, Damakasch. Naja, aber ich meine, die ist ja auch so reich, ne? Die kann sich das natürlich gönnen, sich mal solche Buchstaben von ihrem Hauptquartier hinzustellen. Oh, was... Ah, da ist ein Schatz! Oh mein Gott, ein Schatz, ein Schatz! Ah, was steht hier dran? Wertvolle Schätze. Ah, wie geil! Oh, hier ist noch ein Schild, warte. Meine Schuhe habe ich mitgenommen. Oh nein, okay, okay, ihre Schuhe hat sie mitgenommen. Naja, typisch Frau. So, hier sind Schätze drin. Oh mein Gott! Was ist hier drin, was ist hier drin? Lol, ne Rose. Okay, nehmen wir erst mal mit. Wir wollen ja nicht meckern, ne? Ähm, äh, ne, okay, ähm... Was haben wir hier noch drin? Ah! Geil! Ein Diamantschwert! Oh mein Gott, und was noch? Oh, pinke Farbe! Na, das hat Namakash wohl vergessen. Äh, das wird sie aber spätestens merken, wenn sie das nächste Mal zum Friseur gehen wird. Ja, pinke Farbe, ich habe sie, damit werde ich sie jetzt erpressen. Nein, Spaß beiseite! So, äh, liebe Freunde, ähm, da habe ich das Hauptquartier, also, äh, ne, guck mal, hier mitten in der Wüste, ne? Und, ähm, ja, ähm, das war's mit meinem kleinen Beitrag, ich habe in der Tat drei Stunden hier gebaut, äh, das Ganze werdet ihr jetzt, äh, nach meinem Geblubber in einem Zeitraffer sehen. Äh, mal sehen, wie ich das hinkriege, wie gesagt, das ist drei Stunden Aufnahmematerial und das Ganze in zehn Minuten zu verpacken. Oh mein Gott, ich weiß noch nicht, ob ich das überhaupt hinbekommen werde, aber, äh, in den folgenden Sekunden und Minuten werdet ihr das sehen. Äh, ja, vielen Dank, ähm, fürs Zuschauen und, ähm, ich würde mich natürlich freuen, ins Finale zu kommen, deswegen freue ich mich über jeden Daumen nach oben. Oder auch halt nicht, ne? Bis dahin, tschüss! Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020